Aldi traut sich noch, sie vertreiben Russisch Brot und das Interessante ist, andere Anbieter haben Russisch Brot auch noch im Programm, aber kein F und jetzt haben wir hier gleich das neue Package ausgepackt. Bei Aldi ist das F noch mit dabei. Schauen wir mal, wie lange das F hier bei Aldi noch mit im Programm ist.